80 Prozent der Haushalte und Unternehmen in Deutschland zahlen zu viel für ihren Strom. Und der Strompreis steigt und steigt. Wer jetzt nicht wechselt, zahlt auch in den nächsten Jahren viel zu viel. Aber was musst du beim Strompreisvergleich beachten? Bei den großen Online-Portalen ist nicht unbedingt der günstigste Anbieter ganz oben, sondern nur gesponserte Angebote. Undurchsichtige Bonusmodelle sorgen für zusätzliche Kosten. Wir von Stromsparfuchs helfen dir. Auf unserer Webseite erfährst du innerhalb weniger Minuten, ob du überhaupt zu viel für deinen Strom bezahlst. Ist das der Fall? Dann finden wir für dich einen günstigeren Anbieter und kümmern uns um die komplette Ummeldung. Abmelden beim alten Anbieter, anmelden beim neuen und die beste Wechselprämie für dich. Und das ist auch noch komplett kostenlos. Wie das? Wir bekommen einen Vermittlungsbonus von dem Stromanbieter, zu dem du wechselst. Heißt für dich kein Aufwand, keine Kosten und du sparst jeden Monat beim Strom. Natürlich helfen wir dir auch beim Gaswechsel, egal ob für Privathaushalte oder Gewerbekunden. Klingt gut? Dann finde mit wenigen Klicks heraus, ob auch du sparen kannst.